Heute habe ich Gumpa oder Exklusiv saures Kaugummi. Sieht aus wie Lakritze. Ein bisschen sauer. Es schmeckt ein bisschen fruchtig. Keine Ahnung. So schlecht sind sie nicht, aber irgendwie muss das auch nicht sein. Obwohl es lustig aussieht. Heute habe ich Pizza bestellt. Und zwar gab es die bei Penny für 4,50 Euro. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier.